Da müsste die Kamera liegen, ne? Die Kamera ist hier wohl reingefallen. Also dann. Ach, guck, jetzt geht's auf einmal. Ich frage mich, wem der gehört. Da sind Aufnahmen von Arons Show drauf. Ich kann mir vorstellen, wem der das gehört. Wir gehen einfach kurz da hin. Hallo, was gibt's? Bis später. Warte, warte. Bitte nicht durcheinander bringen. Warte, mit dem Zahn. Einfach so random. Warte mal. Ich geh erstmal zu den Typen hin. Jetzt vergess ich das wieder. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hast du das ohne ihr Wissen aufgenommen? Spielt das heutzutage eine Rolle? Wie kleinlich. Na ja, ach, vergiss es. Das ist der Hammer. Sie hat den Job. Aber nur auf Probe. Sich einfach nur nackig machen reicht bei unserem Klientel nicht. Ich brauche für den VIP-Bereich etwas, das aus dem Rahmen fällt. Etwas mit Pfiff und Intelligenz. Sie kann nachher auftreten, aber sie muss in ihrer Show noch ein außergewöhnliches Element bieten. Wenn sie das hinbekommt, erhält sie einen festen Platz im VIP-Bereich. Ich rede nochmal mit ihr. Erin hat sicher eine gute Idee. Okay. Was haben wir als Kinder mit 10 Pfennigmünzen gemacht, außer den Kaugummi-Automaten? Ich weiß auch, ich hatte nie 10 Pfennig. Gegen die Wand geschnipst, würde ich jetzt sagen. Ja, wir haben die immer früher gegen die Wand geschnipst. Wer am nächsten an der Wand war, hat das Geld bekommen, was da lag. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt meint. Auch, aber nein. Was hat man sonst mit 10 Pfennig gemacht? Ich habe mich in der Nase gesteckt. Auch, aber nein. Okay. Hey, Erin. Was gibt's? Erin, ich habe großartige Nachrichten. Naja, überwiegend. Ja? Die im Hells Porn finden dich super. Ehrlich? Das ist ja unglaublich. Aber sie meinen, dass du noch etwas anderes bieten solltest. Etwas, das dich von der Masse unterscheidet. Was dich besonders macht. Puh. Was könnte das denn sein? Anstatt dich auszuzügen, könntest du einfach mir anziehen? Nein. Vielleicht irgendwas mit Ping-Pong-Bällen? Hehehe. Du könntest mit einer Python ringen. Vielleicht irgendwas mit Ping-Pong-Bällen? So was kann ich nicht. Es ist hoffnungslos, Larry. Ich werde einfach das Strippen aufgeben und mich meiner anderen großen Liebe widmen. Der Literatur. Ich bin bei Poetry Slams immer rausgeworfen worden, weil ich da zu viel Haut gezeigt habe. Hm. Moment mal. Denkst du, was ich denke? Es ist so naheliegend. Anstatt dich auszuziehen, könntest du einfach mehr anziehen. Äh, wir haben doch nicht das gleiche gedacht. Nein, Larry. Ich kombiniere Literatur und Strippen. Klar, das geht natürlich auch. Striptease und Lesungen aus meinen liebsten Büchern. Aber es gibt noch ein Problem. Um richtig Eindruck zu hinterlassen, brauche ich dafür ein ganz bestimmtes Buch. Der geschickte Züngler von Alfred Kistler. Das ist sehr selten und eigentlich kaum noch zu bekommen. Ich habe ein Exemplar, aber nicht hier in New Lost Ages. Keine Sorge, ich halte die Augen danach offen. Habe ich nicht so ein Buch? Ich habe eine Überraschung in meiner Hose. Ist das das, was ich denke? Nein, es ist das Buch, das du wolltest. Du hast es wirklich aufgetrieben? Unglaublich. Du musst ja in allen antiquarischen Buchhandlungen der Stadt gesucht haben. Für dich ist mir nicht zu viel, Baby. Ich habe es aus einer Hipsterbar geklaut. Für dich ist mir nichts zu viel, Baby. Das merke ich, Süßer. Jedenfalls hast du dir eine Höchstwertung bei Timber verdient. Das war das Liebste, was jemals jemand für mich gemacht hat. Wie versprochen bekommst du jetzt deine Privatshow. Du, hat er Nasenbluten gehabt? Warte mal. Hat er Nasenbluten gehabt? Ich bin nachher im Hells Porn zu meiner Show. Hey Pi, wie viele Timberpunkte habe ich denn jetzt? An die 60 müssten es doch wohl sein. Du hast 11 Timberpunkte. Sicher, dass da hinten keine Null fehlt? Sicher. Uff. Ich will wissen, warum er Nasenbluten hatte. Wie konnte das passieren, dass unser Prototyp in so einer schmierigen Bar landet? Das lasse ich noch untersuchen. So ein Sicherheitsleck darf nicht noch einmal passieren. Schick irgendwen rein, damit ich ihn feuern kann. Wir müssen uns jetzt auf die anstehende Produktpräsentation konzentrieren. Aber ich will jetzt jemanden feuern. Wenigstens einen Praktikanten. Die hast du letzte Woche schon alle gefeuert. Stell einen ein, schick ihn zu mir hoch. Ich schaue mal, ob ich jemanden finde. Und ich werde unterdessen hier wütend auf- und ablaufen. Wütend auf- und ablaufen. Lennon, du hast neue Vorschläge bei Timber. Oh. Er ist immer noch hübsch, oder? Reinhold, 106. Stehe auf blaue Zähne und gehemmend Schnee. Ja. Becci, da haben wir Becci. Sexy Teen such dich. Ich bin nur hier, um meinen Freund zu stalken. Hahaha. Ich mach einfach mal alle Dings. I do not care to you. Ivana Hamp 32. Die sieht nicht so geil aus. Suche nach einem... Was für meinen Pinsel? Da ist der Fisch. Oh, Gottes Willen. Der Drachenlord. Wie ist dein WLAN-Passwort? Ich spüre nämlich eine Verbindung. Wie ist dein WLAN-Passwort? 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 für dich überdenken faust d d h 19 petra pur 24 habe mehr als eine anita die kämmerlich schon ja ja den der war letzt mal schon drin die glaube ich auch ja auch ich will mit dir kiffen und alte platten hören stimmt jetzt ja 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 mein gott wie war eine ham da war sie kam ja gut da wäre ich jetzt nicht aber auf reinhold messer ja okay ja okay gut die show läuft aber ich weiß immer noch nicht was du das mit den zehn pfennig da meinst das war eine heiße show gerade wo ist er suchen kann man sie so nicht mehr muss durch also ich wäre jetzt nicht bei der ne die einspielung wäre ich jetzt nicht so drauf oh nein ich will sie haben sie finde ich schön also ich wäre da jetzt nicht so drauf ne immer raus da elf hat er jetzt naja das ist noch nicht so okay kann ich die gitarre jetzt nicht mein gott zeig mal hier wo die gitarre gekauft wird ist auch hier naja woher kauft er die gitarre im sexshop was gibt's hast du letztens eine gitarre verkauft was bin ich froh die wieder losgeworden zu sein die pfandleiherin hatte das dringende bedürfnis sich etwas delikate wäsche zu kaufen die mit löchern drin jedenfalls hatte sie nur die gitarre zum eintauschen und ich hab mich das ding ist immer lang beeindruckende auswahl gnädigste ich gehe davon aus dass du alles auf herz und nieren getestet hast beeindruckende auswahl gnädigste ich gehe davon aus dass du alles auf herz und nieren getestet hast ich habe mich jedenfalls intensiver damit befasst als so ein jungspund wie du hast du vielleicht eine empfehlung für mich was den damen besonders gut gefällt normalerweise würde ich dir sexpenter empfehlen aber nach dem vorfall mit diesem nachrichtensprecher ist das verboten für den anfang empfehle ich dir eine dusche junger mann eine lange dusche du siehst aus als wärst du seit den 80ern nicht mehr mit wasser in kontakt gekommen gibt es hier auch stammkundschaft natürlich macht ihr aber keine hoffnung ich habe keine bonuskarte für dildos wir haben eine gute idee würde ich auch nehmen na wie sieht es aus mit einer sexspielzeug erfindung ist in arbeit ok noch mal kurz gitarre hast du letztens eine gitarre verkauft was bin ich froh die wieder los geworden zu sein die pfandleierin hatte das dringende bedürfnis sich etwas delikate wäsche zu kaufen unterwäsche wie konservativ jedenfalls hatte sie nur die gitarre zum eintauschen und ich habe mich bereits schlagen lassen hast du letztens eine gitarre bin ich froh die pfandleihe die man essen kann jedenfalls hatte sie nur die gitarre zum eintauschen und ich habe mich bereits schlagen lassen aber nicht erwin oder ich komme später wieder nicht wegsterben ich sehe rüstiger aus als du nicht wegsterben und sein blutzucker sind auch echt mies warum hat die drei brüste ich muss ja auch noch einen ort finden um fotos zu machen mit ihm hey larry ich habe eine idee wo wir das foto schießen können na dann schieß mal los hier für passion ich schaue mich weiter um ich könnte dich küssen das licht dort ist um diese zeit perfekt bald ist die goldene stunde oh dann nichts wie los du bist ja stürmisch der ort weckt in mir leider eine erinnerung vielleicht kann ich ja helfen dass du neue schönere erinnerungen bekommst du bist nicht nur witzig und gut aussehend du bist auch noch weise der unter geht auf mich aber ich muss wieder die ganze arbeit machen und den unterrufen augenblick ich sehe gerade bei timber dass meine alte flamme sich dort aufhält ich kann dir helfen die begegnung möglichst angenehm zu gestalten es ist komplizierter als du denkst bevor meine alte liebe nicht dort abhaut habe ich heute leider kein foto für dich dann sorge ich mal dafür dass sie von dort verschwendet bist du sicher dass kein anderer ort in frage kommt leider nicht aber glaub mir wenn die luft rein ist zaubern wir die ein profilbild dass alle kerle verrückt machen wird genau aber du meintest sicher frauen nennen die beute wie du willst süßer warte mal am pia wir sehen uns später kamen zeit am pia ist becky seine freundin hallo becky hallo becky hallo becky hallo becky ja aber er hat doch gesagt ex freundin oder ex freund bis später ich auf den schlauch aber es sind immer so viele sachen die man hier gleichzeitig macht bis später hauen nichts kaputt so haben wir denn irgendwas neues womit wir nur gesagt ex ja zahn ja zahn hat es zuvor schon gesagt pures gold man muss etwas einwerfen das man prägen will sollte gehen das ist ja sehr altes gold ja die maschine hat den zahn zu einer münze geprägt meintest du das mit 10 cent fennig damals dass man die prägt eine dublone sollte als zahlungsmittel im 21 jahrhundert ausreichen habe ich nicht gemacht beim geld nee das habe ich nicht gemacht die replik einer alten gold dublone jetzt überlege ich nur was war was war letztes mal auf jeden fall zahn schon mal geprägt